So. Angenommen. Glück ist die Nachhinein. Ja, komm mal rum. Nochmal. Haha. Fleischfabrik. Na ja. Alle müssen ein Ende haben. Ja, ja. Na du, wo ist... Hast du zwei? Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Seven Days to Die mit mir, den Kabin. Hui, ui, 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 ui. Ja, da muss ich mir erst mal entschuldigen an euch. Ja, an euch, weil gestern ist ja für euch die Folge ausgefallen. Es hat auch Gründe. Ich habe nämlich Seven Days im Voraus aufgenommen gehabt. Drei Folgen mit OBS. Ja, und hatte keinen Ton gehabt. Also ja, keinen. Ich hatte keinen Game Sound gehabt und kein Mikrofon. Also ihr hättet bloß das komplette Bild gehabt und das wäre gewesen. Ja, das ist nicht das einzige Problem. Ich hab jetzt das Problem gehabt, dass ich den Spielstand zurücksetzen musste, weil, äh, ja, das Bild immer runtergeflackert ist und, äh, diesen Fehlercode, den wir bei Seven Days alle schon mindestens eh mal gehabt haben. Hatte ich gestern die ganze Zeit gehabt. Und ich hab jetzt den älteren Spielstand gehabt. Ja, jetzt müssen wir die Quest nochmal abgeben. Nicht wundern, ich hab jetzt uns eine bessere Waffe, äh, bis in die Mache. Denn ich hab mit euch Sachen vor. Wir werden nämlich jetzt, äh, wie versprochen, eine Quest machen. Ich gehe mal davon aus, dass ein Factory sein wird. Äh, ich habe jetzt auch den hier Schwindigkeit, die Geschwindigkeit der Zombies um eine Stufe zu runtergestellt. Also, ist jetzt bloß noch Sprint. Die drehen jetzt nicht komplett durch. Und den Schwierigkeitsgrad habe ich zurück auf Prieger gestellt. Weil, wenn ich jetzt in der Factory griniere, auf den höchsten Schwierigkeitsgrad, es gibt mir hier noch Munition für mich. Boah, ich rechne nämlich mit den Schlimmsten. Weil, wenn ich anfange rumzuballern, dann haben wir nämlich auch Schreithusen da. Äh, es wird schwierig. Geht mal davon aus. Ah, wie gesagt, ich hab eine ganze Weile mit mir hier rum, aber so überlegt, ne, aber bin dann eben halt wie gesagt zum Schluss dazu gekommen, dass ich das dann doch erstmal so einstelle. Ich hab da schon ein bisschen die Befürchtung. Könnte sein, muss aber nicht, dass wir heute wahrscheinlich sehr oft den Tod von der Schippe springen werden. Also im besten Fall. Im besten Fall sollte es so sein. So, ich brauch noch ein bisschen. Hm. Ich schmeiß das erstmal hierin, weil ich das eigentlich für Bandagen brauche. So, die Federn sollten hier eigentlich rinnen. Aber ich hab ge... Ne, okay, da mach ich das weg. Scheiß drauf. Das ist wichtiger. So, das brauch ich jetzt auch nicht mehr, wenn ich jetzt da hinten hingehe. Also, ich geh ja davon aus, wie gesagt, wir hatten ja letztes Mal gehabt, dass da keine Munition ist zum Kuchen. Das stellt mir die Frage, ist das weil er alles dasselbe? Oder ist das jetzt auch neu angeordnet, weil wir einen neuen Zeltgang geladen haben? Ich weiß das nicht. Ich kann das euch nicht sagen. Aber ich glaube, es ist, es wird das auszuprobieren. So, was haben wir? Die 12 Uhr, wie gesagt, wir können die Quest ab... Achso, das war ja ein normaler Quest. Ich nehme einfach mal ein bisschen Kohle mit. Das kann nicht schaden. Ja, wie ihr sagt, also, ich muss jetzt auch ein bisschen vorsichtig sein mit Uschi. Schade, dass ich das nicht aufgenommen habe. Das stimmt auch, weil er nicht. Ich habe die mal abgestellt gehabt beim Händler, bei Jen. Ich wollte nämlich kicken wegen Munition, weil sie hat nämlich was da. Auf einmal war Uschi weg. Dann bin ich bis hierher gerannt und dann saß ich auf einmal in Uschi drin, trotz wo ich hierher gelaufen bin. Dann bin ich bis hierher, dann ist Uschi in der Luft geflohen. Ich weiß nicht, heute ist, äh, echt. Bin gespannt, wo das alles nur hinführen tut. Wie sieht es denn munitionstechnischerweise aus? Ich habe jetzt überlegt, ob ich jetzt die Kniffte mitnehme. Repariert erst mal alles. So. Gut. Also, ich habe mir jetzt gerade, wie ihr sagt, fast eine halbe Stunde den Arsch abgesucht. Wegen Federn. Ja, ja. Sag mal so, es war schwierig. Denn ich habe hier noch ein anderes Problem. Und zwar, was ich auch noch nie gespielt habe, ist das hier. Hatte das Endresultat gehabt, ich habe für jedes Auto maximal drei Federn gekriegt. Und drei war ganz, ganz selten. Meistens habe ich eh ein Auto auseinandergeschraubt und habe eh eine Feder gekriegt. Und darf ich mal einen, also für die brauchte ich 15 Federn. War schon schwierig. Ja, bitte lass mir jetzt Kinder desagrieren. Damit bin ich einverstanden. Alter, jetzt habe ich gerade so überlegt, Alter, jetzt erstellt mir gerade eine Desert hier, äh, her. Alter, was wäre denn das für ein Arschmuff, wenn wir jetzt eine Desert gekriegt hätten? In Lila. Naja, das würde meinen Tag komplettisieren. So, ich nehme mal das Buch gleich mit. Oh, Alter, mach das nicht, ich bin bisher angespannt. na gut, ich gehe mal davon aus, wenn wir uns die Quest geholt haben, wird unsere Knifte fertig sein. Ah, ja. Wir könnten auch das Hospital machen. Das ist genauso kacke. Weißt du was? Wir machen das Hospital, weil das ist in der Nähe. Und wir müssen ja auch erstmal unsere Knifte so oder so holen. Och, cool. Gut, ich hoffe, dass es nicht so viele Munition kostet. jetzt sollten wir unsere Sniper auch rum zurückstellen. Wie gesagt, da hast du zwar mehr Munition, macht aber 10 weniger Schaden. Ich glaube, das war nämlich über 90, was die anderen machen. Ich glaube, das war so. Ich bin mir aber nicht so sicher. So, dann hoffen wir mal, dass sie jetzt fertig ist. Angekommen. Obwohl, ich hab doch eigentlich Yo, Carwin. Ja, was hast du denn? Ich hab doch hier noch. Ich hatte doch eigentlich noch eh mal ein Schalldämpfer ab, ne? Hab ich gedacht. hab ich die schon irgendwo eingebaut? Wahrscheinlich. Sehr, sehr, sehr wahrscheinlich. Naja, eh ja, schade. Da ist er. Da ist das Jütestück. So, warte mal, was hab ich denn jetzt hier? hier. Schaden. Schaden. Lieber es haben und nicht brauchen, als haben. Nee, als brauchen und nicht haben. So rum. So, du kommst darin. Sag mal. Das sind ja bloß zwei Plätze. Warum sind da bloß zwei? Moment mal. Aber hier sind doch auch bloß zwei Plätze. Na gut, die macht ein bisschen mehr Schaden. Gut, kann ich mich mit anfreunden. So, äh. Boah, ne? Oder ich nehm das da. Äh, ich nächsten Mal. Wir haben's gleich geschafft. Wir sind gleich unterwegs. Muss hier bloß nochmal kurz eingreifen. Und dann geht's los. So, dann darin. Und den Rest würde ich erstmal sagen, nehmen wir mit. Shit, ich wollte die nämlich gerade auch mitnehmen, umbauen. Oh, Sniper? Und dann hätte ich Fehlwappen. Naja, eher. Ich sag mal so, ich hab ja jetzt hier noch Munition mit bei. 700 Schuss, muss ja reichen, oder? Gut, da oben wird ja ein schön auf uns was warten. Und wie gesagt, ich geh davon aus, wir werden schon eins wie Virale treppen. Ich kann nicht versprechen, dass wir das überleben. so. Angenommen. Hier ist nichts. So. Wo haben wir den ersten? Ich lad mal nach. Nee, ist nachgeladen. Gut, aber hier ist noch nicht nachgeladen. Das beste Glück ist nicht nachgeladen. muss doch gleich mal eingeweiht werden. Oh, Alter, ich hasse das. Was soll denn das da? Da machen sie schon so einen Weg, äh, und dann kannst du ihn in meinem vernünftig benutzen. Oh. Ich werde einfach mal hier durchziehen, wa? Da ist doch einer. Ah, siehst du? Er hat sich gerade bewegt. Da frage ich mich, wie der sich bewegt hat. Hä? Der Stuhl hat sich bewegt. Quasi, wir hatten gerade einen Stuhlgang. Naja, ist doch gut. Nochmal. Auf der anderen Seite, wa? Ihr sagt, ich nutze sowas auch. Ich mach das. Hä? Ach, der Block schaden. Stimmt ja, ich hab den ja so eingestellt. War natürlich total clever von mir. Na, komm. Na, ein bisschen noch. Da sind sie. Ab euch. Ja, komm mal rum. nochmal. Naja. Gut. Jetzt hat nicht jeder perfekt gesessen. Jeder Schuss. Aber es war schon in Ordnung. Für mich ging es klar. Na, gut. Ihr sagt, ich versuch mal heute nicht alle zu looten. Hahaha. Der war gut, wa? Sag ich euch. so, und das erste Mal, dass wir die Knüfte nutzen werden. Ja, komm. Aha. Ja, wie gesagt, ein bisschen halten die ja aus. Wird es nicht mehr so eben übertrieben. der ist weg. Da ist ja keiner diesmal rausgekommen. Jetzt haben sie doch sonst immer kaputt gekloppt. Jep, 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 jep. Ich bin schon unterwegs, Leute. Macht euch keinen Stress. Ui. Wo kommst du denn her? Aha, von da oben, stimmt ja. es regnet Zombies. Was ich geil finde, ist, dass das hier unterschiedlich ist. Jedes Mal anders. Das kicke ich wegen den Loot. Naja, macht die Sache nicht besser. ein bisschen doch. Oh, ich hab kein Platz mehr. Macht doch sowas nicht. Ich glaube, wir haben das erste komplett fertig. Das erste ist komplett fertig. Juhu. Ist das nicht schön? ich finde schon. So, nachgeladen ist. Dann geht's mal ab in die Kantine. aber das wird so in einen Rutsch schaffen. Naja, in einen Rutsch werden wir nicht schaffen. Ich meinte aber, dass es nicht 25.000 Rutsche sind. Oh! Oh, alter Kleiner. Puller, Mann. Ja, und jetzt kriegst du Hunger, oder was? Du hast wohl nicht alle. Mitten bei der Arbeit kriegt er Hunger. Naja, komm, Junge. Wollen wir mal nicht so immer in sein. So, jetzt musst du aber auch durchziehen. Da ist die Kantine, aber hier ist nichts mehr. Oh doch, da ist... Was haben wir denn da? Schießpüpper im Krankenhaus. Das ist ja hier mit Ton wie im Mittelalter. Wunden ausbrennen, oder was? Wie nennt man das? Kortisieren? Nee, nee, Junge. Komm mal rum. Fleischfabrik. So, warte mal, ich lade mal nochmal nach. Und zu. Der Dumme ist ja, äh, weil das Schreiben, Madame, wird so oder so kommen. Wenn dir Zufälle wird. Und der dürfte auch nicht lange dauern. Ich glaube, wir kriegen bald Besuch. Ja, ja. Davon bin ich über... Ähm, fertig nicht Oh, äh, gut. Soviel dazu. Naja, gegen mein Natur handeln und so, ne? Ich hab gesagt, das ist schwer. Sehr, sehr schwer für mich. Aber ein bisschen nehm ich mit. Einen kleinen Ticken, so ein bisschen, so, wegen der Zeiten willen. Pisoa. So, jetzt müssen wir hier hoch und dann eh mal hier rum und dann... Ich mach... Mach ich das so oder mach ich das so? Ich warte, bis die hier runterkommen. Na gut, das hat besser funktioniert, als ich gedacht hab. Oh, das macht Spaß, mal sich, äh, auf das Normale zu konzentrieren und nicht immer bitte nicht sterben, bitte nicht sterben. Gut, das ist immer noch da, das Gefühl. Aber, wir sind in Training. So rum. Oh, kommt durch oder versucht es. Hat dieser eine kleine gerade schon ausmachen, du, da? Also, bis jetzt. Jürgen, der hat mich trotzdem getroffen. Sie hat mich trotzdem getroffen. Wie kommt das, Herr Kapitän? Da ist ein Nachzügler. Den hab ich jetzt erwischt. Gut, hier ist es noch nicht mit die Piepmütze. Aber bald. hier dürfte nichts mehr kommen. So, und da sind die Switcher-Switcher. Und die werde ich jetzt so schön wegsnipern. Numero uno. Der ist weg. Aber war nicht letztes Mal noch mehr? Ich glaube, die sind da irgendwo drauf. Da. Oder hier. Und sind dadurch aggro geboren. Apropos aggro. die habe ich völlig ignoriert. Ich hab's versucht. Das sollte nicht sein. Ne? Wo seid ihr denn? Er muss so weit laufen. So weit. Und die hat mitgekriegt. Die interessiert dich auch nicht. Naja, gut. Äh, so. Das haste davon, Mädel. Das haste davon. Hätte es mal ein bisschen aufgepasst. Das hätte alle sein müssen. Moins. Ist Sprechstunde oder soll ich später wiederkommen? hat keiner gehört. Wo sind denn hier die Dudes? Also hier ist doch hier war doch immer einer. Wir werden den noch finden. Früher oder später. Ich weiß das noch nicht so ganz genau. Wir werden es raus finden. Hallo. Mach auf das Ding. Wir haben noch zwei Sachen vor. Neuer. Könnte schlimmer kommen. Könnte anfangen zu regnen. Warte mal. Ich mach mal hier ein bisschen hier so. Versuch mal wenig. Ich versuch mal wenigstens hier ein bisschen. Waren bitte. Ich warte nicht. Ich keine Flatulenz. ist mir zu duschen. Es ist mir zu dunkel. Dit ist nicht jut. Dit ist nicht gut. Ich mag dit nicht. Hier haben wir mit Geräusche und so. Ach die hab ich ja schon weg gemacht. Aha bin ja clever. Siehste so macht man dit. hier brauche ich jetzt ne rinkicken. Oh honig. Obwohl den brauche ich auch nicht mehr mit nehmen. Da hab ich auch eins wie Sachen von er glaubt das müsste reichen. Tü 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 hat funktioniert. Ist funktioniert sehr wenn man die ganze Zeit rück die reich zu schädigen. Unterstieg ist nicht zu unterschätzen. Aber wie gesagt, das heißt nicht, dass wir hier nicht sterben werden. Können. Es ist immer noch sehr, sehr wahrscheinlich möglich. Wahrscheinlich möglich? Das ist schwierig. Es könnte möglich sein. So rum. Ach, was hat mich denn schon wieder verraten? Ist doch jung, Mensch. Stirb doch mal ein bisschen leiser. Ich kann sich ja ja keine antun. Nischt. Hey, ich hab nicht gesagt, dass ich komplett aufhöre. Ich hab gesagt, ich begrenze das. Und das, was ich jetzt bis jetzt erst mitgenommen hab, das ist schon eine Begrenzung. So, ein Tresor. Was wird uns denn das bringen? Schön. Erstmal ein niedrig weniger. Und ein zweites. Muss ich schon lohnen. Okay. Okay. Besser ist. Besser ist. Der in Erinnerung wach. Gut. Da auch. Nieste was? Und ich muss das ja Nee, das haben wir ja schon. Äh, das haben wir letztes Mal hier. Äh, haben wir noch. So rum. Ihr wisst schon, was ich meine, Mensch. So, warte mal. Ich mach mal das hier kurz raus. So weit wie geht. Und schmeiß das schon mal hier rin. Ich kann das nicht da rin machen. Na gut, ist ein Hammer. Na gut, dann kann das aber will er da rin. Äh, zurück. Mit können wir da rin. So. Der rote Hammer des Schmerzes. Ich würde das auch gerne ausprobieren. Oder anders gesagt, ich werde das ausprobieren. So, ich geh mal kurz hier rüber und den mach ich mal kurz. Die krieg ich doch von hier aus. Geh her, gelotst. Mein Dick natürlich. Das war genauso beabsichtigt. Dö, 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 dö. Ja, hat keiner mitgekriegt. Wie sieht denn das aus, Mädel? Damit soll es das mal zum Arzt gehen. Hä? Das hat funktioniert? Das ist für mich. Naja. Alle müssen ein Ende haben. Ja, ja. Na, du Wurst? Hast du zwei hier? Zwei Enden. Ui, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Mhm. So, dann hüpfen wir mal kurz da rüber. Und diesmal machen wir was anders. Es hat funktioniert, war aber nicht so perfekt. Alter, wir haben schon mal da 17 Uhr. Also hier im Spiel. Das wird spaßig. So, warte mal. Lad mal kurz die Knifter-Attack. Spar doch ein bisschen Munition damit. Gut. Für Rahm. Johnny ist unterwegs. Oder auch nicht. Komm raus, Mädel. Ja, ich hab's verdient. Ich gebe zu, ich hab's... X-Men. Äh, Girl. Oh, wie auch immer. Ah, da war die, die hier gelegen hat. Die können's doch total nie abhaben. So, wo... Da ist er. Da haben wir dich doch. Wie geht dich von hier aus? Ich würde sagen, ja. Das ist ne Käse-Mauke, aber das waren doch nie alle. Da ist noch einer. Achso. Es sind Zombies. Wahnsinn. Du, äh... Na ja, komm rum. Ich bin vorbereitet. Hey, clever. Oder auch nicht. Jo. Ich scheiter hier. Ich wüsste doch, hier ist noch ein Pip-Di. Schnupfen, Ellie. Brütze die Nase. Das ist ja schlimm. Das ist nebenan. Komm rüber. Ist ja auch nicht so schlecht, die Knöpfe da. Na gut, war's auch vorher nicht. Hm? War nicht hier immer noch so ein... Na gut, eh halt. Ein Tresor oder so war zum Öffnen? War doch hier immer. Hab ich doch mal durchgeschmult von der anderen Seite und dann... Oh, da. Na gut. Da. Mit der Mine, das kennen wir schon. Die durften jetzt dahinter tot sein. Hab ich das nicht gesagt? Aber der muss ja hier irgendwo vor der Tür eine Mine hier liegen haben. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Also wenn hier jetzt ein Zombie drinnen liegen tut und ich sollte da rein gehen und dann... Versteht nie. Muss ich aber auch nicht. So. Es ist ein Vogel. Aber der geht uns nicht an. Er wird nie angezeigt. Also... Zieht da hier nicht zu. Was ich nicht verstehe. Einen Moment. Das ist ein bisschen komisch. So, ich würde mal sagen, hier sind wir sicher. Ich mach mal hier einen kleinen Päuschen. Ich muss nämlich was trinken. Ich hoffe, der hat euch trotzdem gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Selbe Stelle, selbe Welle. Dann machen wir hier fertig und dann haben wir übermorgen oder so Horde. Das hört sich an mit zwei Pikmätze. Ja, das ist jetzt weh. Also, bis dann. Ich bin raus. Tschüss.